Ich beantworte eure Fragen. Neulich habe ich euch gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Davon beantwortete ich jetzt ein paar. Der Rischi fragt, Hashtag FragTops, wieso tut mein Hose immer weglaufen? Warte, 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 ist das nicht normal? Denn meine Hosen machen das auch immer. Oder Sonntagshose? Seht ihr? Meine läuft auch weg. Nicole Lamott gefragt, Hashtag FragTops, wenn du ein Jahr eine Geschmacksorte riechen müsstest, welche wäre das dann? Hmm, verdammt, das ist eine echt gute Frage. Was würdet ihr denn für einen Geschmack nehmen, wenn ihr den ein Jahr lang riechen müsstet? Ich glaube, ich würde die Zahl 23 nehmen. Baueregger Martin fragt, Hashtag FragTops, wie heißt die Katze in deinen Videos? Tja, das wollten schon viele wissen. Ich glaube, wir fragen einfach mal nach. Hey Katze, komm mal her. Ola, Digga, was ist, Alter? Gleich kommt Furze Liebe, das will ich sehen. Die Leute wollen wissen, wie du heißt. Maschallah, ich sage euch das jetzt einmal und danach nie wieder, verstanden? Also, passt auf, mein Name ist... Wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, dann schreibt einfach Hashtag FragTops und dann sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt...